Willkommen, willkommen Leute zu einem neuen Projekt, nämlich in Let's Adventure. Jo, eine neue Map natürlich mit, ähm, ja, monsterhaften Besuch. Ja, ich bin übrigens auch da, als Co-Moderator so ein bisschen hier, genau, der Finkcraft. Ja, der Finkcraft, der unterstützt mich heute, das ist nämlich eine gruselige Map mit einem ekligen Zombie hier, der ein scheiß Steinschwert hat. Ich hab das Conquest-Texturen-Paket übrigens, weil es mir empfohlen wurde und, ja, Link ist in der Beschreibung und ich klopp hier gerade den Zombie. Ich hab eine Musik-Disk bekommen, die eklig aussieht. Fade. Ja, Fade. Fade, vor allem Fade, ne? Fade. So, a Crestlock. Warte kurz, äh, ich hole wieder. Oh, und da war er weg? Ja, ich kann es gar nicht wirklich sagen, worum es geht. Ich hab nämlich keine Bildschirmübertragung oder so. So, bin wieder da. Ja, Bildschirmübertragung. Ja, nee, dann fängt es aber an, bei dir ist nicht zu lecken, wenn du eine Bildschirmübertragung gibst. Ja, äh, hier, ähm, save Richter und seine Freunde von den Zombies. So, du kannst mir immer sagen, wie vier Minuten hab ich bis jetzt von aufgenommen? Äh, äh, du hast, achso, warte, ich hab jetzt Dings doch gar nicht angefangen. Aber jetzt beginne ich einfach mal, der Hummus hat eine Minute, das ist die Zombie-Zombies. So, mein Schaubst. 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 So, ich aber nicht kann nicht nur ein Kanal-Design beziehungsweise Render-Videos werden. Ja, aber nicht, wie sie gerade jetzt von Mies. So hat die Tio, hat die Ohren? Ja, 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 wir sind gerade 30 Sekunden, seit ich mich gestartet habe. So muss natürlich noch so ein bis zwei Minuten drauf rechnen. So, das heißt, ich mach heute mal eine 15 Episodenrunde, Minutenrunde, weil ich dann auch Kavitreten muss. Das ist, ja, meine Eltern, ja, aufnimmend. Oh, ein Steinschwert. Cool. Hey, das ist ein geiler neuerer Sound. Also, ich hab einen neuen Sound hier gerade. Ähm, beim Texturenpaket. Das ist ein richtig geiles Texturenpaket. Werde ich vielleicht sogar mal nehmen, später mal. Bei Hunger Games oder wenn Clemens es mal belustet hat, auch mal Hunger Games aufzunehmen, können wir das ja mal benutzen. Oder? Ja, klar, natürlich. So. Victor, Alter, sieht der hässlich aus. Okay, da kann man Goldnuggets, oh, hier, essen. Ist immer gut. So, ähm. Enderchest. Oh, oh, Steinschwert. Ein heiles Steinschwert sogar noch. Dann brauch ich das Zeug ja nicht mehr. Ähm. Ist da noch was? Nö. Hat er mit mir was gesprochen? Wer? Na, der Victor, Victor, Victorius. Ach so. So. Oh, ein Skeleton. Nee. Das ist auch ein Skeleton. Nee, das ist ein Zombie. Gott. Diamant-Zombie. Diamant-Zombie. Oh. Hä? Das ist eine ganz schön große Armee, die gerade auf mich hier zukommt. Ich werde hier gleich noch abrecken. Ich habe nur drei Herzen. Nein. So, Clemens, unterhalte ich doch mal, wie es mit den Mods zurzeit vorangeht. Ja, ähm, Mods, ich habe noch nicht wirklich angefangen zu schreiben. Ja, üblich, ich weiß auch nicht, wie wer das noch macht. Also ich werde das sicher auf paar Mods rausbringen. Sofort passierend. Allerdings, ich weiß nicht, ob ich da warten sollte, bis auf 1.8. Ja, das ist immer so eine Sache. Ich kann natürlich auch sagen, man bleibt einfach 1.7, aber das wäre alles. Ich bin tot. Scheiße. Dafür ist 1.8 eigentlich fast so schade. Also da gibt es schon 1.8, gibt es richtig viele neue Eureunen. Ja, ja, das stimmt. Richtig viele geile Neuerungen auch. Und wir finden schade, dass Microsoft das übernommen hat. Das sieht wirklich geil aus als Menschen. Hm, manchmal ordentlich ist von mir davon. Ich finde es wirklich schade, dass das übernommen wurde. Und wir haben ja schon mal gesagt, was wir fürchten. Ja, genau. Also Minecraft wird vielleicht, also eventuell wird es halt schon eingehen. Sieht der eine Typ, der sieht richtig creepy aus. Läuft. Warum konnte ich den gerade nicht, hä? Läuft. Der hat eine Holzschaufel, ne? Der hat eine dicke, fette Holzschaufel. Okay. Ähm. Ich bin jetzt hier auf dem Friedhof. Na, toll. Das ist ja immer schon sehr schön. Oh nein. Bogen. Da sind zwei Typis mit Bogen. Oh mein, ihr könntet, ihr seid doch mehr mit Bogen. Ihr seid doch mehr mit Bogen. Ihr seid doch mehr mit Bogen. Das muss ein bisschen aussehen. Ja, für mich schon. Vielleicht wird ihr Clemens später auch mal mitspielen. Ja, sicher ist, ich muss mal schauen, ich muss mal schauen, wie fern es geht, aber ich denke, es ist schon schon wieder, es gibt es auch nicht, Sterbezum. Oh, ich spore nicht hier, das ist gut. Ähm, wenn, ich hab sie auf dem Server vielleicht, wenn er Lust hat, kann er ja mitspielen. Ja, ich muss mal schauen, vielleicht schaffe ich das ja, also. Wie gesagt, es war das, Schule ja, momentan wird sich nicht viel Zeit, also. So, ihr räumt jetzt gerade sehr schön ab. Nein, nein. Ein Diamant-Zombie und... Nein, zwei Diamant-Zombies, die ärgert mich gerade. Oh, gut, ähm. Oh, das ist so kompliziert, die ganze Zeit. Anders und so weiter zu erstellen. So, aber ich glaube, sieht der Kanal wieder einigermaßen gut aus. Die beiden sitzen jetzt weide im Spinnnetz. So, ähm, da hab ich jetzt... Oh, ich hab schöne verzauberte Sachen langsam. Das ist, sieht richtig, richtig gut aus. Jetzt könnt ihr eben meine alten Sachen hier auch mal ablegen, die brauch ich ja nicht unbedingt. Bogen wäre vielleicht nicht schlecht. Oh, eine Heal-Potion. Also das Texturen-Paket, ich bin immer noch davon richtig gespannt, wie geil dieses Texturen-Paket ist. Oh, ein Eingang. So... So, irgendwie, ist es irgendwie... Komisch, wenn man jemanden dieses Play hört, oder so genau zu wissen, wie der, also wie das Spiel aussieht, ne? Oh nein, nein, ich bin eingesperrt. Gott, ich werde sterben, ich werde sowas von sterben. So, wo wir jetzt schon beinahe 8 Minuten auch, also 6,30 Uhr, aber man muss auch... Also, wie gesagt, nein, ich hab's nicht... Ich hab's geschafft, irgendwie durchzukommen. Ich hab's geschafft, irgendwie durchzukommen. Wie gesagt, wie viele Lennepulier du grad spielst. Ähm, besiege den Hero-Briorne. Ah, okay, und... Ist das... Wie sieht das aus, wie sieht das aus immer, also ist das... Das wird auch so... Also, ganz vieles Gewiss. Mit dem Alter, ja... Mittelalter, dein... Nein, ich meine, es ist nicht von der, von der Map her, sondern so, wie das aussieht. Also, was man für Aufgaben dazu macht. so sehr schwierig als zu besiegen ist oder was man auch mal lieber scherzländen wo schon sehr viel action zu sein aber wie gesagt ich kann es ganz schlecht kommen sie auch ohne das zu sehen aber wenn man die skype-videos haben schon dann kennt er das ja dann nicht an das fährt das richtig getan zu wecken und das wäre für Max Ernest Plänen ein Killer Kriterium ein Killer Kriterium ja 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 sehr sehr schlecht es nimmt mich dann noch mit so ungefähr fünf FPS auf den ersten Bosskampf von heute Skelling King Minions oh nein Skelling King so welcome to my domain can you please die nein eigentlich habe ich nicht vor mir zu sterben heute ich habe keinen einzigen Dosen das ist scheiße Ubi Ubi ist das sehr nett der will sich nämlich nicht verteidigen meinetwegen Skellingen können wir nicht mit dem ich nicht irgendwie töten ich schieße mich zumindest nicht ab der bleibt einfach ganz ruhig stehen neiiiiiiiinnnnn das ist nicht nein herrlich die wir haben gesagt ich muss ich muss es dann mal auf einer von der unglaublich tollen Moderation von mir hier und einheitlich nicht von er besser ich komme ich muss gleich mal gehen wie gesagt ich darf es gleich zu tun zu tun so und wie er ist es gibt es nicht lässt werden so ganz nahm ist schlecht dass sie hätten es wirklich das ist eine neue er mit zwei Schuss bin ich tot er hat ein Zugebauten okay von daher würde ich erst mal sagen ich spore und bin tot und ich wünsche Max noch viel Glück in der kommen bleibt nur noch da wie das er begleicht es sind acht Minuten also muss nur ungefähr naja so an die zwölf Minuten sind das jetzt glaube ich also heißt das ähm ja genau das ist sie nun kann es noch bei mir bleiben ja ich muss noch mal beinahe ich bin nicht allein wie ein Wiener das ist dumm und wenn ich den Laden mich daraus nehmen dann habe ich an einem PC kann ich kann nicht nur sagen wie sie bei mir an einem PC ist still was gelten versucht mich hier umzubringen und ich hab's besiegt ich hab's besiegt sterben sie sterben die Zombies auch mal hier wir haben zu viel Burton genommen viel zu viel Burton so ähm das heißt wir haben schon wieder so ein ekliges so ein ekliges Ding oh wir haben einen ganz guten Bogen bekommen das heißt ähm wieviel Minuten haben wir jetzt wir haben jetzt 10 Minuten und 20 Sekunden plus 30 oder sowas also also plus 30 Sekunden oder eine Minute ich weiß nicht wie lange er braucht bevor ich den Timor gestartet habe ich weiß nicht wie lange noch und vielleicht haben es noch drei Minuten Zeitung drei Minuten bis die 15 verreist bis 15 Minuten oder machst du doch 20 Minuten Westphäre 15 Minuten neulich okay aber ich hab den umgebracht lol ich hab'n geilen Infinity Bogen nur richtig geil den Infinity Bogen die Soundkulisse ist wirklich geil die haben den Ressourcenpaket richtig geile Arbeit geleistet so haben wir den nächsten die Bogen gebracht und ein Goldner mit mir eine Portetor ist eine so gut wird ich habe ein Prozent 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 und die wirklich ich habe nie wirklich Ressourcenpaket ist auch nicht so sehr gut wie Texte aus der Kasse sind die Heide was ist das was aber ich hab'n ich hab die er weiter das war dann noch nicht also ich habe es dann nicht schon und zwar mit Zauberhaus ausprobieren sie ist das Angebot und noch eines geringen oder Ja, also das ist schon ganz gut gemacht hier. Ähm, die blöden Zombies wollen meine Freunde hier umbringen. So, ähm, was gibt's denn eigentlich hier noch? Das ist... Nee, ich brauch nur Potato. Potato nimmt er nie an. Der nimmt, glaub ich, irgendwas an. Oh, Pfeiler. Das ist gut. Äh, das bräuchte ich nicht. Augen hab ich noch nicht. Ein Heiltrank kann ich noch nicht nehmen. Oh, doch, ich kann einen Instant-Heiltrank nehmen. So, und dann schlaf ich hier einfach mal. Lecker. Äh, lecker. Ich sag lecker, wenn ich... Oh Gott. Gott, hoffnungsloser Pfeil, wenn ich... Ähm. So, mein Brustschutz ist kaputt. Nein. Ähm. Pfeile brauch ich, das brauch ich... Nee, Potato brauch ich, glaub ich, nicht. Ich tu die mal hier einfach hier rein. Ähm. Ich sortier jetzt einfach mal hier mein Inventar. So, ähm. Ist das ein Wurf dran? Splash-Posen, ja. So, ähm. Hey. Hey, Bobby. Dann, äh... Wie viel Minuten noch? Oh, Mann. Wir haben, du hast vielleicht noch eine Minute oder so. Ja, es lohnt sich jetzt auch nicht mehr noch was Neues anfang. Deswegen würde ich sagen, wie ich beende diese Episode und wir sehen uns dann in einer anderen Episode. Ja, okay, und der stille Theme-Craft, der beendet ist auch das, die Moderation, wie gesagt, richtig viel moderiert. Okay. Ja, ich hoffe, Max bekommt, hat viel Glück in den nächsten Maps, in den nächsten Episode, außer, ich bin vielleicht noch dabei, dann kann ich Ihnen ja dabei helfen. Das wäre sicher nützlich. Ja. Und wir sehen uns, meine lieben Abonnenten, in einem neuen Projekt oder einer neuen Map. Wir sehen uns, Typs.